Mein Name ist Selma Distarewitsch, ich bin 21 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Bundesland Salzburg, bin im März zur Vize Miss Salzburg 2014 gekürt worden. Seit eineinhalb Jahren wohne ich alleine und bin sehr selbstständig und das war mir sehr, sehr wichtig. In meiner Freizeit treffe ich mich sehr gerne mit meinen Freunden, verbringe viel Zeit mit ihnen, natürlich neben meinem Beruf als Bankerin. Ich tanze auch sehr gerne, habe auch neun Jahre getanzt und war bei verschiedenen Veranstaltungen und jetzt bin ich hier und habe das Glück, hier dabei zu sein und würde mich tierisch freuen, den Titel Miss Austria 2014 zu gewinnen und unser Land würdig zu vertreten. Jetzt hast du die Mädels schon kennengelernt, wie fühlt sie euch so untereinander? Ich bin sehr positiv überrascht von den Mädels, weil wir uns alle gut verstehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass sich Gruppen bilden, sondern wir wirklich eine Einheit ergeben und sich alle untereinander gut verstehen und das finde ich sehr toll.